und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge sonstiges mit mir und dem arne aber heute ist der arne nicht online dabei sondern er ist wirklich in real life neben mir ja dieser halt kann sich ich kann es euch jetzt schlecht beweisen aber ja doch ich kann es euch beweisen ich kann die facecam anmachen ich weiß nicht ob man das während dem video machen machen kann hallo da ist der arne da da ist der arne da seht ihr es wir sind gerade hier ja genau wieder weg wir machen einfach mal ohne facecam falls ihr mit facecam wollt wenn wir solche spiele spielen könnte ich sehr gerne sagen aber heute spielen wir nicht das ist ein kleines spiel wo ihr wahrscheinlich schon gerade seht dass man sich bekämpfen muss also ja spielt man hauptsächlich nur mit der tastatur wir spielen natürlich den multiplayer den offline versus mode was gibt es denn hier mainz clouds castle okay ich hätte gesagt wir spielen erstmals castle oder also wir müssen erst mal kurz gucken weil in dem spiel erst mal der hintergrund ist kompletter abfuck im spiel geht es darum wie also ich bin gelb hier hallo der bin ich und wir müssen uns gegenseitig töten und wenn ich jetzt den arne töte kann ich an ihm vorbei rennen warte mal kurz und dann hinter ihn auf die nächste ebene gehen und wenn ich bis ganz am ende von seiner seite angekommen bin habe ich gewonnen das gleiche muss der arne eben bei mir versuchen was ist das ist ein vogel für den töten wir müssen ich glaube wir lernen im verlauf des spiels noch wie man richtig sachen und ich glaube man kann auch schwerter werfen aber bis jetzt ja genau genauso kann man schwerter werfen aber jetzt muss ich gucken nein ja stirbt ja ich stehe dich ab da bist du nein nein aha nein warum wirst du jetzt auf meine seite ey komm her kann man sich in die rollen oder so bleib stehen warte so spawne ich hier aha 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 nein hä wie hast du das jetzt aufgeheben geheben wie wirft man schwerter hä ich hab keinen plan wie man die wirft äh hoch gucken und dann angreifen ah komm her ach nein oh nein warte ich sollte vielleicht mit zwei händen spielen ja oben seht ihr wahrscheinlich angezeigt wer gerade äh am dingsen ist ja jetzt muss arne eben gehen hallo nein komm doch komm nein nein ja nein 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 du darfst nicht verdammt das neue schwert noch geworfen nein ich komm nie dahin das schwert zu werfen und wenn ich es werfe dann irgendwo daneben nein ach final screen ach nein du musst ja rennen hä wo bist du hin tja ach da ey nein arne hat gewonnen oder ja ja du wurdest von dem wurm gefressen er hat gewonnen suicide 1 cool okay jetzt habt ihr glaube ich kapiert wie das spiel so ungefähr tickt leute das heißt wir spielen jetzt die wilds ich muss glaube ich klarkommen mit der steuerung dass ich das schwert auch werfen kann und so verdammt nein alter gras ja oh fuck nein ja ach ich muss ja noch gehen ja ja final screen nein 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 hä nein nein du warst so knapp ey ja nein nein wie kunst du noch nein hä was ist mit meinem schwert los ach ich hab dich getötet ich hab dich umgebracht ja schon wieder ein stecher in die nüsse ja ich werde vom wurm gefressen friss mich ach geil verdammt es gibt auch noch einen zweiten teil leute der kostet aber mehr deswegen wir haben jetzt erstmal den ersten gespielt einfach so weil eigentlich wollten wir davon die schittige kostenlose version von it geo spielen aber die habe ich nicht leider gefunden leider deswegen ja jetzt spielen wir die mainz hätte ich gesagt ja die mainz die mainz die sehen gefährlich aus oh fuck ja stech dich ich bin gelett ob die ah den tunnel kann man die ja nicht werfen Mist nein ach ja ok mal gucken ich weiß nicht ob die maps irgendwie einen Schwierigkeitsgrad haben aber ich glaube nicht ich glaube die sind einfach alle WTF das Monster war direkt vor mir ja nein nein von hinten ach ja 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 ich muss gehen ein laufband oh nein da habe ich dich abgestochen alter hier habe ich warte stehst du in der Tür oh ich hab's doch angegriffen aber das wollte ich was ist das eigentlich für ein spiel warum wird man von so einem riesigen einhorn wurm gefressen weiß ich nicht ich glaube der zweite teil hat auch bessere grafiken also dann hier clouds die krass alter ich habe mich what hä ja so langsam konnte ich mit den komm ich mit den controls klar ach das sind wolken das hat zuerst aus irgendwelche wattebällchen oder so ich bin einfach geplatzt ja ich würde mich durchrollen Leute falls ihr wollt dass wir für sonstiges anstatt halt einfach so terraria oder sowas äh mehr so kleine random spiele spielen wie das hier zum beispiel warum nein hä ja toll äh dann dann lass doch einfach mal ein like da das ich battle jetzt sofort um likes nein dann schreib es doch mal in die comments oder so ich weiß es nicht mal macht das irgendwie sichtbar kannst du hier eigentlich auch spawn dann der wumpf riss dich auch da 2 ok kassler ist am besten dann let's play kassel kann man über das schwer entwerfen ja das stimmt nein ah du bist tot nein du bist nicht tot hä was geht mit mir ach du musst gehen nein ey ja ich hab dich abgestochert hä ein gezielter hieb in den magen warum kriegst du nicht so töd bevor ich dich töte ein gezielter hieb in den magen sage ich nur nein ah gezielter hieb oh Mist jetzt hast du den gezielten hieb gelandet durch die tür final screen nein ah nein gerade so hä muss ich immer noch gehen nein nein jetzt musst du gehen nein ja ah ja ich bin doch durchgekommen ja ja wum friss mich friss mich wum was sind das eigentlich für nackte leute die da im hintergrund tanzen was ist dieses spiel ok lass ich glaub der war auch ganz nice oder oh fuck nein achso man muss ja einen erst töten ich bin dumm dann mal wieder ein gezielter stecher in den magen äh haha der rollenstecher nenn ich ihn haha final screen nein mein rollenstecher hat nicht funktioniert nein mein rollenstecher alter ja der rollenstecher ja der rollenstecher ja der rollenstecher an die macht mann ja ja glaubst du man kommt irgendwie bis zum wasser bevor der wurm einfrisst ne ok dann lass jetzt nochmal die mains spielen da haben wir irgendwie beide recht abgekackt ja alter ich habe mein schwert auch noch geworfen ist jetzt nicht so nice aber mit fäusten kann man sich wahrscheinlich auch einfach schlagen ja aber nein du hast meine hand erwischt ach ja nein spaw nicht noch hier nein natürlich nicht nein du hast du du kopierst meine rolle nein hä ich mach die doch auch ja nein ich hab sie gekontert ich hab dich getötet nein hä ich leb noch what the fuck einfach dran vorbei rollen alter du lebst doch kann man sich einfach so hinlegen oh 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 wie sieht das aus wie so ein fettes baby was irgendwo rumkrabbelt lass nochmal die wolken spielen einfach nochmal alle maps durch oh jetzt faustkampf hier oh Mist ne vergiss deinen faustkampf faustkampf ach alter du hast mich in der luft abgefangen nein faustkampf komm her nein ich renne weg ach ne jetzt hast du ja wieder ein schwert Mist nein da ach ich leb noch hä wie what the fuck wie lebe ich noch finale screen ja einfach rennen ja ich krabbel ins ziel ja ja vor den ganzen nackten menschen alter oh gott alter dieses spiel unsere match dauert immer so eine minute oder so und lass du kannst wir spielen jetzt einfach immer die ganzen maps irgendwie what im pflug der pflug der pflug der weisheit in deine kehle alter was waren das für ein kick move hier so und dann ne so alter der ist ja übel krass der kick move nein ich wollte den kick move ausprobieren ja nein falsche taste ach du musst ja oh fuck ich bin gestorben ja nein durch die tier durch die tier nein ja nein vorstkampf nein warum ist er nicht mehr auf vorstkampf hier nein nein oh man jetzt kämpfen wir beide auf dem final screen nein schon wieder alter ich mach kick move ja kick move nein 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 das war ein kick move mein kick move oh fuck du musst ja habe ich ihn noch erwischt nein nein du musst ja noch man jetzt jetzt holst du wieder alles auf wusste ich what the fuck ist los das bild ist komplett am buggen ja unser blut ja unser blut überall nein noch mehr faustkampf ich habe die mit der faust umgebracht ja erster faust kill nein wir sind beide tot hä aber du musst trotzdem nein ich habe dich danach getötet hä ne jetzt müssen wir uns irgendwie töten oh man jetzt so ein schlachtfeld über orange gelbes blut nein hä ach ich habe noch gelebt final screen ja 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 beim final screen halt einmal still aber verloren man ich wäre fast ins wasser gekommen das ist halt viel von dir ist ja mal so wirklich äh lass die auch einfach spielen sehen eigentlich die seiten anders aus ich glaube nicht oder so ja ist genau das gleiche einfach gespiegelt alter was mach ich mach ein flickflack was habe ich da gemacht ja verdammt ich wollte nach unten drücken und das dadurch werfen nein ich werde abgestochen in meinem flickflack Arne wie kannst du es wagen ja die kick move Attacke von oben kommt er geflogen nein ah schnell weg ja kick move ja in deinen bauch nein ich bin in dein schwert gesprungen nein du krabbelst so nein du krabbelst so weg nein du bist so weggekrabbelt einfach wie krabbelt man nochmal genau so einfach ne Mist nein jetzt stechst du mich ab nein wo werfe ich denn mein schwert hin hä du hast grad nen rush alter guck dir meine moves an look at my moves look at my moves was look at my moves stech ich dich irgendwie am Boden ab wenn ich so mach nein ich bin schon wieder da ja 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 ich krabbel ja geil alter diese krabbel animator sieht so scheiße aus so verkrüppelt einfach jetzt noch letzte runde klaus oder oder ich habe keine ahnung wie lange das video geht es geht wahrscheinlich jetzt so übelst kurz einfach nur aber ja wir haben ein paar runden gespielt jede runde mindestens eine minute ja ja naja werden wahrscheinlich jetzt so zehn minuten gewesen sein hallo ich kann nicht springen danke ach so ich muss ja noch nein du hast mich nicht erwischt du mieser du miese sackratte kick moves ist oh man springen und dann attacke nein was erwische ich dich denn nicht nein hä big move komm her komm her du nein oh man ich krabbel in die Seine ach da der Wurm er kommt warum sind die Leute nackt hier sind so viele Fragen in dem Spiel und dann haben wir keine Erklärung für irgendwas wir haben keine nur zwei Kids cool nice okay noch eine letzte Runde Castle das ist die entscheidende Runde genau so oh fuck nein das Buggen hat aufgehört nein kick move ja ey bleib schön stehen nein du hast mich abgestechert oh was mach ich denn nein ich bin wieder komplett am verkacken ja der epische Türmove ja ach ey warum musst du denn rennen weil ich dich grad getötet habe ich bin einfach durchgerannt ja ja nein ja hab ich die mit der Faust getötet ich hab das Schwert gar nicht aufgehoben bin ich dumm äh ich hab kein Schwert alter what the hell ich töte dich einfach ohne Schwert oh man nein ach ja komm ich reiß dir die Leber raus äh wie kann man einen am Boden so finishen keine Ahnung ich drück dir einfach nur mal Attacke wenn du am Boden liegst alter ja ich gewinn's ohne Schwert na ja ich hab's ohne Schwert gewonnen größtenteils ach nice ich hab dir immer die Leber rausgerissen oder so wenn man halt einmal links ist ist man halt durch das Gewinn durch ja ok Leute das war's dann mit Nidhawk hätte ich gesagt ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst bitte mal einen Daumen nach oben da wenn ihr mehr solche kleinen unnötigen Games sehen wollt dann ja zeigt das irgendwie von mir aus mit einem Kommentar oder mit irgendwelchen anderen Sachen ähm ja oder indem ihr uns abonniert genau ähm und dann hätte ich eigentlich auch gesagt äh ja lasst ein Like da abonnieren wenn das Video gefallen hat und sowas genau ihr wisst schon was alles so abgeht teilt das Video mit euren Freunden damit ihr auch sehen wie viele mysteriöse Fragen dieses kleine Spiel aufwirft und dann hätte ich eigentlich auch gesagt wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder ach nee noch nicht ganz wenn ihr euch das Spiel auch selber kaufen wollt dann guckt in die Beschreibung da ist es verlinkt kauft's euch das ist ganz lustig mit Freunden zu spielen oder den zweiten Teil der kostet aber 20 Euro der hier kostet nur 10 ist trotzdem das ist glaube ich aber genau das gleiche ja nur mit besserer Grafik glaube ich wobei 10 Euro für das Spiel auch schon ein bisschen teuer ist ja ich meine es bietet 4 Level Multiplayer und Lokalspieler und Einzelspieler mit so einer Grafik egal gut dann hätte ich gesagt tschüss Leute Arne letzte Worte ja ich bin nicht Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.